Hakuna Matata Muchachos, ein herzlich Willkommen in einer weiteren Folge Ars Aberration Ich sorge gerade für ein wenig Fleisch, wir sind nämlich komplett fleischlos Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch denn mal ein paar Edelsteine mitnehmen Sooo Und lol, alle anderen sind weg, gg Hi Diko, grüß dich Und da oben haben wir auch noch einen Lystrosaurus Den müssen wir jetzt erstmal tamen mit Rareflowers, der ist sogar high level Da freue ich mich mal drauf Und jetzt gehen wir hier auf Nahkampfstaden Es wurde nämlich in den Kommentaren geschrieben Oh, was denn hier los? Diko, läufst du ohne Dings rum? Nö Also, ja, aber noch mal auf Wurde geschrieben, dass ein Megalosaurus viel stärker sein soll als so ein Spino Kann man sich von der Größe eigentlich gar nicht so vorstellen Ich habe übrigens noch 87 Perlen gefunden In der Werkbank Perlen? Oh! Bedeutet Wir können, haben wir noch Electronics? 12 Ja, wir können noch zwei Klimaanlagen bauen Okay Zwei Klimaanlagen Und wir haben ja auch ein akutes Zementproblem Das dauert immer so lange, um das herzustellen Deswegen dachte ich mir Oder habt ihr auch gesagt Dann zähmt euch doch einfach ein Belzebufo Und da kümmer ich mich jetzt in dieser Folge drum Einen ansteigend zu finden Dort unten, wo die ganzen Kakinos rumpümmeln Dürften ja doch einige sein Kannst du mal deinen schlauen Arc-Rechner rausholen? Äh, ja, was willst du denn? Belzebufo Was essen die überhaupt? Ja, ich gucke sofort So, Level 95 So, was sagt denn Dododix? Mach Kaka jetzt Los, mach Kaka jetzt Nicht Baryonyx, sondern Belzebufo Level was? Ist egal Ich will nur wissen, was der frisst Unter Level 100 nix Ähm Der würde auch wieder sehr gerne Hammelfleisch nehmen Hammelfleisch? Echt? Krass Ja Aber wenn es kein Hammelfleisch gibt, wann, was will er dann? Auch Prime Meat? Geht das auch? Prime Meat, ja Ach, ganz normal, achso Aber Prime Meat halt, äh, mehr und länger Ja, ich will jetzt keinen High-Level Belzebufo 10 Hat mir eigentlich nicht vor Warum nicht? Kannst du auch torporen damit Ein Raptor-Ei Okay, ja Ich schau doch mal, was da ist Weil die gibt es ja nicht so wie Sand am Meer Ich muss ja das nehmen, was da ist Äh, so Ich hab jetzt ein paar Foundations gebaut Um da gleich Unsere Zähm Station drauf zu bauen Beziehungsweise unsere Klimaanlagen Aka Ich brauche Eine Sniper Wo haben wir denn die Sniper? Ach, da haben wir die, okay Bats Warum kommen die eigentlich nameless, wenn ich Mit Licht rumlaufe? Ich hab auch Licht Habe ich eigentlich Licht? Ja Jetzt hast du Licht Oh, 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 helle mich Schakruk Liegt natürlich auch noch hier Aus, aus Robbenwimpern gewebt Wir brauchen Das Fleisch wollte ich noch nicht reinballern Mehr Munition Oh nein, wir haben keinen Schießpulver mehr Oh, wir haben ja ordentlich Zündpulver Zündpulver haben wir ganz ordentlich, ja Und Schießpulver haben wir immer noch Ich glaube da drin In einem von dem Wir brauchen Kohle Shit So, um weitere Klimaanlagen zu bauen Brauchen wir aber Polymer Dann schnappt ihr doch mal den Spino Sie Tun Sie's Oh baby, just do Ich überlege gerade Ich brauche eigentlich mal wieder ein Fernglas Ich kann nicht Sieben Schuss Okay, der Rest muss dann eben mit Hop-Hop-Pfeilen gemacht werden 17 Oh, hier droppen wir einem Kakinos genau auf den Kopf, ey Machen viele Kacka in sein Gesicht Oh Da habe ich doch gerade noch was gesehen Haben wir noch In dein Gesicht In der Kondek Hier schütt ein Otter rum, Alter Alter, Otter Okay, das war Jetzt ist er down Down ist der Otter Ja Man hätte ja meinen können, der wüsste, was gut vorhin ist Oh, Gesundheit Ein Sperrbolzen Muchachos übrigens Weiß ich nicht, wie viel wir von meiner Aufnahme benutzen können hier Zumindest her schneiden und so Weil ich gerade echt Probleme mit meinem PC habe Richtig krasse Low-FPS und oft öfter mal FPS-Einbrüche Läuft, läuft Deswegen werde ich heute Abend meinen PC neu aufsetzen Ich hoffe, das klappt alles Das ist Windows 10, das mache ich zum ersten Mal Komplett neu aufsetzen Deswegen gucken wir mal, ob ich morgen aufnehmen kann Aber Was muss, das muss Ich kann halt im Moment sehr große Probleme, wie gesagt Mit FPS Okay, einen Sperrbolzen haben wir Aber den wollen wir jetzt noch gar nicht weiterentwickeln Wir ziehen jetzt einfach mal los Ne, ich hatte noch Ich hatte noch Fleischprobleme hier Nehmen wir nochmal raus Deswegen war ich doch hier unterwegs So, ich habe jetzt übrigens die Kakinus dort platt gemacht Du kannst hier mal nach dem Bild zu Gufo ausgucken, wenn du willst Ja, mache ich sofort Man kann doch auch Zündpulver nehmen, um irgendwas anzuzünden, oder? Oder um Feuer zu entfachen Geht das auch? Ja Das hält länger, oder? Ah ne, wir brauchen aber Kohle Deswegen nehmen wir schön Holz Ich glaube, das hält auch länger, ja Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon Und jetzt schauen wir mal, ob wir schon Blendgranaten haben So, ich bin nur auf Rücksweg mit dem Polymer, das ich habe Blendgranaten! Dotsflug! Hier unten stiefelt ein Lystrosaurus rum Oh, was wir haben Ja Deko, wo bist du? Ich bin gerade da angekommen Oh, oben? Ja Ah, okay, schade Ich habe jetzt Blendgranaten, die will ich mal ausprobieren Aus der Blendgranaten, ja Aus der Spezies Z-Pflanze Da haben wir ein Megalosaurus, komm Wie, wie kann man die da rausnehmen? Alter, scheiße, ich sehe ja selber nichts! Huuu! Hallo, bin ich tot? Hallo? Bin ich... Okay, der rennt dann echt weg Ich habe gefragt, wie man die da rausnehmen kann Aus dem Crop-Plot einfach Äh, der ist im Crop-Plot, der Scheiße, ne? Ja So, ich brauche noch ganz kurz Fleisch Dann kann es weitergehen Wo bist du denn? Oben Ach, immer noch oben Immer noch Dann komme ich jetzt Ich hole kurz mein Fleisch Und dann machen wir jetzt mal den Granatentest bei dir So, Polymer in den Fabricator Jetzt können wir noch zwei Klimaanlagen herstellen Ja Und? Ich habe es glitzern gesehen, aber sonst nichts Es glitzert Oh! Ach, du Heiliger Mich effektet das hart, Mann Digga, bei mir passiert gar nichts Du musst auch reingucken Tu ich doch Also, glaube ich zumindest Ich weiß nicht, wo du hinwirfst Loll Warte, guck dir jetzt mal ganz genau hin hier Auf dem Grasbüschel Ja Auf den hier Oh, ja Doch, jetzt Merk ich es Ach, du Heiliger Mich schäft das richtig hart Okay, ist aber ganz geil Im PvP ist das natürlich richtig Bombe Haben wir nur leider nicht Haben wir nicht, ne Äh, hier Marvin Du siehst, was ich jetzt Hier baue gerade, ne? Ja Also, ich würde jetzt einfach nur Hier am Rand jeweils So die kompletten Klimaanlagen aufstellen Achso, nein Die müssen ganz naheinander gebaut werden Deswegen sage ich Ich werde jetzt hier am Rand Ja Klimaanlagen aufstellen Aber Nicht an dem Rand hier Ich glaube Das muss näher ran Kann man das auch hier an der Hälfte weiter bauen? Das Ei ist ja nicht so groß Ja, wie willst du denn 20 Klimaanlagen hinkriegen? Kannst du nicht da drauf bauen? Nein Nein, geht nicht? Nein Jetzt hier drauf noch eine Geht nicht? Nein, geht nicht Lol Das ist ja ziemlich scheiße Hier stehen jeweils erstmal sechs Das Ding ist, ich habe keinen Plan, wie wir die mit Power beding sind Achso, ja Ähm Wir können hier noch einen anderen Generator hinbauen Das sollte ja nicht das Problem sein Okay, dann schauen wir kurz Melzebufo Hallo Also meinst du, einen Generator geht es dann? Ja, auf jeden Fall Natürlich Oh, da unten sind aber noch Megalosaurus Auf jeden Fall Natürlich Dann bauen wir nochmal einen Äh, da haben wir einen Aber Okay, ich muss hier Kannst du mir den Spino nochmal runterschicken? Weil hier ist noch ordentlich Granate Granate Was ist das? Vielleicht kämpfe ich auch einfach Warte mal Ich habe schon wieder keinen Plan, wie das funktionierte mit den Steckdosen und den Kabeln Lol Wir machen gerade unseren Unseren, äh, Dings kaputt Unsere Treppe nach oben Digga, was ist denn los mit dir? Was? Warum greift der das an? Was? Ne, 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 ne Oh, los Jawohl, er ist down Okay Dürfte aber fast kaputt sein Schauen wir mal eben Oh, ne, ein bisschen Ach, tausend Schaden nur Easy Und Stein Oh, ist ein Megalo Oh Uiuiui Der haut aber ab Ist das ne Muschi Okay Welches Level bist du? Level 10 Okay, da kommt er wieder Da kommt er wieder Ich denke mal, das ist hier der beste Platz für den Generator Schagrug, deine Mutter Digga, das ist jetzt, äh, Insider bei, äh, bei allen Folgen Und Schagrug ist ab jetzt ein Schimpfwort Schagrug Okay, ich kann hier aber leider wenig machen Noch ein Schwert Oh, und nicht sterben Ah Ah, okay Alle Klimaanlagen sind befeuert Ich könnte eigentlich schon mal ein Ei danebenlegen Und gucken, ob es reicht Na, wenn, dann macht das 20er-Ei dahin Das juckt da hin Ja, aber Passiert doch nicht eh nix Ja, ich weiß es nicht Ja, was ist denn 45 Warum seid ihr alle so aggressiv? Und Muchachos Irgendwie Irgendwas wurde erzählt Man kann die Eier hatchen Oder hatchen Oder irgendwie sowas Keine Ahnung, was das ist Und wie das funktioniert Also, falls wir da was machen müssen Mit dem Ei Vorher, damit es irgendwie Bessere Level hat Oder bessere Werte Und was auch immer Heilt uns das bitte Denn ansonsten habe ich da keinen Schlaf von Ach du Scheiße Okay, ich hätte doch was gebraucht Und Bulbdog ist weg Äh Okay, nein Das schnapp ich mir da jetzt Das reicht nicht Hallo Bei sieben Klimaanlagen Steht da dran Das Es ist zu heiß Ist zu heiß Ist zu heiß Okay Das ist nicht gut Das man sich aber im Kühlschrank ausprüfen kann Alter Das wäre auch ziemlich broke Digga, wie die einfach Diese Fundamente da jetzt einfach neuerdings Alle zerschnackseln Was für ein verkehrt mit denen Hängt die Fundamente an Ja die Dinos hier Unsere Treppe Machen die kaputt Töte ihn Mann Aua Wir haben ins Feuer gesprungen Digga, richtig schwach Okay, also wir haben jetzt sechs Klimaanlagen stehen Und das reicht nicht Wir müssen also mehr Klimaanlagen bauen Was machst du die ganze Zeit? Bulbdog 10 Habe ich doch gesagt Hörst du mir überhaupt zu? Bulbdog oder Bilzebufo? Bulbdog und Bilzebufo Hast du hier schon Bulbdog gefunden? Ne Aber im Bilzebufo Zwei Stück Einer ist Level 10 Der ist ziemlich Käse Und der andere ist Level 5 Dann war das wohl auch nichts mit dem Bilzebufo Themen Ja, ich bin am überlegen Ob ich nicht einfach so einen nehmen soll Ist ja eigentlich nur für Zement Ich glaube, mache ich Nehme ich den in den 10er hier Wo bist du? Ähm Ja, wir brauchen auf jeden Fall Perlen Ja Also wie gesagt Die Perlen sind ziemlich, ziemlich weit weg Ich glaube, der einzige Weg an Perlen Ich könnte Wobei ich könnte mit dem Baryonyx rausgehen An den Fluss vor unserer alten Base Und da Äh Ist das schnell? Troglodyten platt machen Der ist relativ schnell Achso Das ist unsere alten Base Da sind auf jeden Fall Nummer 3 Vorkommen Zu welcher alten Base Unsere Base davor Da in den See Bitte? Ach die erste oder was? Also nicht die alle ersten Es war ja die zweite an sich Weißt du wo? Die am Fluss Ja genau Da wo man nicht von drinnen kann Da habe ich dir gerade gesagt Da will ich hin Die Base am Fluss Ja Du hast gesagt Triologüten umbringen Ja Bringt ja nicht so viel Natürlich Also zumindest mehr als Die zwei Perlendinger da suchen Die da rumschwimmen Im Fluss Ja das sind safe 30 Minimum 30 Minimum? 30 Minimum? Ich hoffe Ich hoffe ich habe jetzt den Rock Drake hier outplayed Ich denke was ist das denn? Wie schnell sind die scheiß Viecher denn? Oh hier oben läuft ein Scheinhorn rum Ich muss zurück zum Fluss 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 Alter der sieht aber auch geil aus Nein Digga ist ein bisschen aggressiv jetzt? Oder? Ne haut einfach nur ab Okay da kommt er Da kommt er Dein Hasch gehört mir Digga jetzt auch noch Erdbeben oder was? Ja Komm sie zu mir Quark Digga was ist mit dem Fluss hier geschehen Alter Quark Was zum Fick man Das war schon Wieso was da? Das hier ist doch der Fluss Oder nicht? Digga was ist damit passiert? Digga hier sind alles voll mit Spinos und Karkinos Es wird nichts mit Metroglodyten Jagen hier Alter Hä ist das denn? Warte mal Ach ne ich bin hier in dem Sumpfding Warte mal ein bisschen raus Hä da ist aber auch alles voll Oh Was ist denn hier los Alter? Hier war doch vorher alles War doch richtig chillige Gegend hier Eigentlich schon Erst weiter Da wurde es dann böse Ne ich bin hier falsch auf jeden Fall Ich glaube hier Bin ich an dem Fluss von dem Wasserfall Oh Rohes Filet Hallo Willst du Bufo Satteln Natürlich schon mal lernen? Zement brauchen wir dafür Okay Ah Verpisst euch Digga Ey Beeilung Dieses scheiß Sumpfherr drückt mich fast mit seinem scheiß H-O-E-G-Schaden um Loll Das war ja viel zu easy man Froschkönig Gib mir einen Kuss Baby So jetzt hole ich mir noch schnell einen Sattel Und dann gehen wir mal nach oben Wo Deko ist Dann holen wir mal ein bisschen Zement Ich war noch nie an diesem komischen See hier Also an dem Fluss vom Wasserfall Der runter geht Bei unserer Base Komm ich den von hier aus zu dem anderen Fluss Ist das ein anderer Fluss oder ist das dasselbe? Ich hab keine Ahnung wo du bist Aber das ist doch Jetzt nicht unbedingt der Ja an dem Wasserfall oben an unserer Base Digga warum sind die jetzt schon wieder nameless? Lass der Okay ist egal Den Frosch in Ruhe Das wär's jetzt Wenn der jetzt stört man Hallo Das ist ja hier eine Tame-Folge Mann Noch ein Listro Er läuft Warum sind die alle hier? Folgen wir mal alle hier Folgen wir mal alle Ja 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 Loll was ist das? Ob sie hier steht im Generator Worum ist das? Reparieren Gas Achso lol Gas Was ist dein Gas? Willst du den da wieder mitnehmen? Ja Wie viel ist denn da drin? Äh 60 65 Boah Das ist nicht Nicht gerade wenig Komm Hallo Ich hab alles eingesteckt Und da kommt Loll Und ein Karkinos ist da wieder gespawnt GG Loll Oh man Ey das ist doch nicht dein Ernst Wenn du so ein Level 10 Scheißviech Thames Alter kein Wunder Ich glaube der hätte auch ein Level 100 sein können Der wäre auch direkt im Arsch Hm Geh nicht Wenn sie zumindest abhauen können Weil die auch abhauen Okay Belzebufo Sattel Hallo Noll crofte ich den in der Hand oder wie? Ja Wenn ich einen Troglodyd kille sind das sieben Perlen Das ist nice Immer oder? Immer öfter Keine Ahnung ich muss erst mal ein paar killen Mann wir haben kein Holz mehr oder was? Äh Ne Holz ist relativ aus Super geil So ich hol mir jetzt den Spino Und muss da wieder aufräumen Um noch einen neuen Belzebufo zu holen Er läuft Ne neun Perlen sind auch drin Aber vielleicht haben wir jetzt die Chance Ein High Leveligen Belzebufo zu kriegen Wäre ja wünschenswert Level 10 war schon echt nicht ganz so geil Aber ich muss eben das nehmen, was hier ist. Und wo kommt der Scheiß? Du wirst jetzt geschafed, mein Freund. Bats! In dein Gesicht! Alter, wie viel Chitin? Einfach wieder 400 Chitin. Oh, dein Arsch gehört mir. Oh, oh, oh. Ja, der Welt zu rufen war, glaube ich, Level 1 gefühlt. Okay, ist jetzt alles down, was mich hier irgendwie anpümmeln kann? Natürlich nicht. Ein Scheiß-Aal und die Anglerfischen nehmen wir auch nochmal mit. So, okay. Okay, jetzt haben wir noch ein Level 4. Ja, Perlensammeln ist aber auch echt ein Scheiß-Job, ey. Lol. Auf dem haben wir jetzt noch eine Silizien-Perl rausbekommen. Level 5? Was ist denn? Level 5-Pelze-Bufo. Scheiß drauf. Nein, du kannst nicht schon wieder so laufen, wie ich den habe, Alter. Digga, was soll ich denn machen? Hier ist doch nichts anderes. Keine Ahnung, mach den Toten. Lol. Warte. Hier haben wir so einen Penisfisch. Der will in mich rein. Ah. Alleine kannst du nichts machen gegen ihn. Oh, yeah. Bist du in der Ego-Perspektive? Okay, warte mal. Ist der schon an mir dran? Ne, ich bin safe. Easy. Verdient er. So. Dankeschön. Ist vielleicht im Fluss oben ein Beelze-Bufo? Also hier, ich bin jetzt gerade in dem kleinen Bach, der in unserer Base lang fließt. Hier ist nichts. Okay. Ich habe jetzt gerade zwei Siliziumperlen, also aus den Muscheln, eingesammelt. Da waren 15 drin, ne? Jeweils. Aber Pulp-Docs laufen hier rum. Oh, hier ist noch so ein Perlen vorkommen. Oh, Prime-Meat. Geben sie mir bitte etwas, wie sagt man, Prime-Meat. So, Beelze-Bufo. Nice. Okay, dann sehen wir jetzt erstmal den Level-Fünfer. Läuft. So ein lächerlicher Dude. Level-Fünfer ist besser als nichts. Da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Denn mit Level-Fünfer kriegt man auch Zement. Alter, eine Schlange, direkt vier Rohsfilet, das ist ziemlich nice. Also mittlerweile habe ich 130 Siliziumperlen eingesammelt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, das reicht allerdings nur für... Ich glaube, ein Elektronik braucht 15 Perlen, ne? Das heißt, es reicht noch nicht mal für 10 Elektronik. Und wir brauchen 15 Elektronik für jedes... Jumperl! ... für jede Klimaanlage. Oh, ich dachte, ich wäre zu schwer. Aber es geht noch. Nice! Wir müssen noch mal... Oh, Alter, ich bin jetzt einfach... Ich bin jetzt in dem großen See, der bei unserer Base ist, an dem Fluss dran kommt. Ja. Und hier kann ich... Hallo? Wieso machst du das Licht nicht an, du Scheiß? Peinhorn, Alter. Weil das Licht ist an, aber es macht einfach kein Licht, oder was? GG. Okay, wir machen mal alle neutral. So, damit er sich wehren kann. Und ab geht's! Mit dem Frosch, Alter, kannst du nicht noch... Mein Problem ist jetzt, ich bin jetzt in so einem See drinne hier. Oh, ist der schnell! Tauche nach Perlen, aber mein Scheinhorn hat ein Max-Level-Dino angekündigt. Habe ich gerade ein bisschen Schiss. Hat meins aber auch, durchgängig. Da dachte ich echt null drauf. Aber das Ding ist nur, ich bin auch... Ich tauche gerade im Dunkeln, das ist ja dunkel draußen. Und ich sehe einfach nichts. Ich höre schon wieder Nameless, ne? Die gehen mir echt hart auf die Eier. Alter! What the fuck, man? Von allen Seiten, dieses Geräusch. Level up? Nein, leider nicht. So, ich lege kurz ein paar Sachen ab und dann gehen wir mal mit dem Frosch nach oben. Und vielleicht finden wir dort einen geilen Frosch. Sollte der Spino gerade mir daher, oder nicht? Bei Nacht sieht man die ja eigentlich ganz cool. Da haben wir noch einen. Einmal umkloppen und dann wegschlecken. Batz! Level 1! Der Barionics kann aber ganz gut springen. 16 Zement direkt. Läuft, Baby! Ey, wenn jetzt Tag wäre, könnte ich wenigstens noch Trogodyten jagen. Aber es ist so dunkel, ich sehe die nicht mal. Digga. Ich habe mir deinen Lebenssaft genommen und dich dann umgebracht. That's what she said. 32 Zement schon. Pair out! Okay, das geht echt ziemlich geil. Da geht es immerhin schneller als der mehr zu stellen. Digga, du bleibst jetzt hier, Mann. Und... Schlägt! Toll. 16 Zement pro Käfer. Das ist ziemlich geil. Dann haben wir jetzt schon mal, ich glaube, um die 2000... ...Steinen weniger verbraucht. Die 2000 ist ein bisschen übertrieben. Nein! Oh, fick dich, Alter. Was ist doch hier so kompliziert. So geht Deko Beziehung an. Digga, renne doch nicht weg! Will doch nur dein Körper! So geht Marvin Beziehung an. Das ist mein besser. Aaaaaaahhhhhh! Bair out! Digga, ich habe dir auch eine Steilvorlage gegeben. So, den noch! Dich hole ich mir schneller. Ey, das ist doch... Ey, das ist doch... Geht doch! Wer machst du denn da? Okay, wir haben jetzt gesammelt... 76 Zement in einer relativ kurzen Zeit. Oh, fuck! Das ist ein Megalosaurus! Aaaaaaah! Und das war's mit dem Frosch. Alter! Jump, Baby! Ich glaube, der verrückt mich immer noch. Weiß ich wohin. Oh. Oh, das ist ein Spino. Oh, fuck! Das ist Akko! Nimm das Zement mit und hau ab. Nein, nein! Ich will ihn auch retten. Okay. Los, los. Ich glaube, der kriegt keinen Fallschaden. Ja, wobei, jetzt haben die Klimaanlagen eh schon gebaut. Mit dem Frosch wäre es eigentlich richtig easy gewesen, diese große Plattform zu bauen. Kriegt der Fallschaden, der Frosch? Alter. Weiß ich nicht. Ja. Eigentlich ziemlich unlogisch. Okay, 28 Zement von einem Glowbug. Holy Moly! Nice. Hat sich sowas von gelohnt. Oh, bello. Hui, das war knapp. Also, ich komme jetzt zurück. Mit meinen ganzen Perlen. Okay, wir haben doch was geschafft. Deko hat auch ordentlich was gesammelt. Zement hier rein. Und dann kannst du dir eigentlich schon fast erlauben, diesen Rundkreis zu machen. Also, hättest du. Aber jetzt ist ja eh egal. Jetzt haben wir eh schon so viele Klimaanlagen geholfen, das wäre jetzt dämlich. Ohne Energie. Okay, ich muss noch was trinken. Muchachos! Ihr seht es, nimmt doch langsam alles Form an. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, bis morgen reingehauen.